blitz news willkommen auf meinem kanal streampunk willkommen zu einer neuen ausgabe der blitz news wie immer zu beginn mein hinweis wenn du meinen kanal abonnierst darum möchte ich dich bitten aktiviere bitte die obere glocke damit du in zukunft sofort informiert wirst wenn es hier neue inhalte zu sehen gibt wichtig vor allen dingen was die blitz news anbelangt ich bedanke mich schon mal im voraus dafür denkt bitte daran meinen kanal unterstützt es ungemein wenn youtube merkt diese inhalte gefallen den leuten ja im titel könnt ihr schon erkennen es ist der wahnsinn julian reichelt ex chef mittlerweile angeklagt für eine millionenssumme vom springer verlag hat hier recherchiert im bezug auf von der regierung bezahlte journalisten und da möchte ich ganz kurz einmal mit euch reingehen das thema möchte ich hier auf meinem kanal auf alle fälle nicht aussparen das hier ist die seite pleite ticker vom team achtung reichelt exklusiv harald lesch und dunya hayali haben regierungsgelder angenommen habt ihr vielleicht schon gesehen hier auch ein schönes foto wie süffi sand lesch hier lächelt nach dem motto mir doch egal guck mal wer ich bin was ich zu sagen habe wie die leute auf mich hören wir schauen mal eben rein die prominenten cdf-journalisten harald lesch dunya hayali haben gelder von regierungen verschiedener bundesländer angenommen merkwürdig dass sie dass die regierung das überhaupt darf ja das zeigen pleite ticker recherchen der prominente wissenschaftsjournalist und terra ex-moderator vom zdf harald lesch erhielt 2500 euro vom grünen geführten thüringer umweltministerium für seine teilnahme an einer klimakonferenz lesch selbst gilt als grünen nahe 2 5 ist jetzt nicht viel aber das ist auch nur ein ding und im grunde nur für die teilnahme an einer konferenz vielleicht hat auch noch was gesagt naja braucht natürlich auch hotel muss bezahlt werden wer weiß ob das nicht noch extra kam ja also grundsätzlich würde ich mal sagen bin ich wissenschaftler werde von der regierung gefragt und die sagen es gibt eine unkostenpauschale kann man da nichts dagegen sagen ja so aber dunya hayali moderatorin des cdf morgens magazins und des heute journals erhielt gelder von der brandenburger staatskanzlei auch von der spd geführten landesverwaltung rheinland pfalz nahm hayali geld an beide summen will man auf anfrage nicht preis geben die details zu harald lesch der wissenschaftsjournalisten nahm im rahmen der achten erneuerbaren energie und klimakonferenz 2018 in weimar an einer diskussionsrunde teil anschließend war lesch noch bei einem aussteller rundgang dabei organisiert wurde die veranstaltung vom grün geführten thüringer ministerium für umwelt und energie wie das ministerium mitteilter erhielt lesch ein honorar auf anfrage teilte man uns mit dass harald lesch 2 5 netto vom thüringer umweltministerium erhalten hat bedeutet aber natürlich dass er auch käuflich ist das heißt das was er muss sich einfach mal vorstellen ja er hat ja hier über jahrzehnte über mit astrophysik die leute begeistert ja und auch als relativ junger mann noch beginnen damals war das beim bayerischen rundfonds glaube ich ja hieß denn die sendung immer noch mensch mir liegt es auch auf der zunge alpha centrauri ganz genau lief das nicht auch noch damals sogar auf dem dritten programm so im abendprogramm bevor man ins bett geht konnte man sich noch mal reinziehen was harald lesch über astrophysik und unser universum und die erde und alles mögliche zu sagen hat das war super fand ich ja und überleg mal wie viel kohle der gemacht hat wenn du eine fernsehserie hast also das ist ja eine reportage serie oder eine moderationsserie ja dafür verdienst du richtig kohle und die einschaltquoten ging damals durch die decke und natürlich hat der einen weiteren vertrag für eine weitere staffel bekommen der hat damals richtiges geld verdient neben seinem professoren job ja und dann diese diese geschichte mit terra x und alles mögliche hier der youtube kanal der wird das gehört ja alles dazu und der verdient richtiges geld und dann ist er professor für astrophysik an der uni münchen glaube ich das richtig in erinnerung habe und auch da der noch seinen job und verdient richtige kohle ja also warum sich und das ist jetzt harald warum lässt du dich denn einkaufen ja würde er sagen das ist aber meine meinung zu klimapolitik okay du machst ja gebildet sein in punkto klimapolitik aber du siehst ja was bei rauskommt deine reputation geht kaputt weil du dich von einer unliebsamen regierung kaufen lässt unfassbar unfassbar wie kann man so bescheuert sein seine sein gesamtes lebenswerk einfach für für geld wegzuschmeißen also unfassbar und da ist natürlich auch noch mehr gelaufen im hintergrund also unter dem dreistelligen betrag wird der insgesamt nichts gekriegt haben ja nicht nur für einen vortrag sondern für das gesamte narrativ und hier vom deutschlandfunk ein artikel sehr interessant die problematischen nebenjobs von hayali tadeus und co den jörg tadeus kennt ihr vielleicht auch hayali moderiert eine veranstaltung für die deutsche automaten wirtschaft die deutsche automaten wirtschaft würdet ihr vielleicht der ein oder andere jetzt sagen was ist denn die deutsche automaten wirtschaft also kondomautomaten zigarettenautomaten nein geld spielautomaten musst du dir vorstellen also wir erinnern uns daran dass auf der querdenker info die große damals berichtet wurde dass die demo friedlich verlief dass die ordner ihren job gemacht haben keine reichsbürger fahnen zu sehen waren plötzlich taucht das kamera team um dunya hayali in dieser demo auf plötzlich werden reichsbürger fahnen gehisst um sie herum so dass die kamera diese fahnen mit aufnehmen kann kurz darauf wurde sie angegangen ob das nun auch eine fake operation war oder ob man sie tatsächlich angegangen hat weil man diesen betrug in der menge gemerkt hat das weiß ich nicht auf alle fälle wer eine veranstaltung für die deutsche automaten wirtschaft moderiert gehört kritisiert jörg tadeus für die cdu solche neben tätigkeiten von öffentlich-rechtlichen moderatoren und moderatoren sind teilweise ethisch pikant nicht nur teilweise ethisch pikant sie sind ethisch verwerflich und zwar nicht nur teilweise sondern komplett es gebe aber eine ganz einfache lösung für das problem findet unser kolumnist okay das interessiert uns eigentlich weniger vor kurzem musste die cdf moderatoren hayali für ihre neben sich für ihre nebentätigkeiten rechtfertigen ein fernsehbeitrag des ndr magazins zapp hatte darauf hingewiesen dass hayali etwa veranstaltungen für die deutsche automatenwirtschaft moderiert die kritische journalistin als attraktives gesicht für eine branche die ihr geld auch mit der spielsucht der menschen verdient das ist natürlich eine interessante geschichte ja was heißt denn da weißen warum wird das so süffisant geschrieben natürlich ist das eine interessante geschichte aber keine exklusive immer mal immer mal wieder wird bekannt dass prominente gesichter von den öffentlich rechtlichen so machen es so machen wenn sie nicht auf dem bildschirm zu sehen sind die tagesschausprecherin judith rakas eröffnete die filiale einer fast food kette die produktionsfirma von frank plassberg warb mit dem briefkopf der sendung hart aber fair für eine veranstaltung der deutschen versicherungswirtschaft das ist es ist ja die werden alle gekauft für 25 legen die sich alle hin und das rbb gesicht jörg taddeus führte im letzten jahr kurz vor der wahl durch eine cdu veranstaltung während taddeus zugleich mit einem format auf sendung war bei dem politikerinnen verschiedener parteien von ihm interviewt wurde nebentätigkeit rechtlich in ordnung und sogar logisch rechtlich ist das alles in ordnung solange die nebentätigkeit angemeldet wurden die moderatoren sind freie mitarbeiter des öffentlich rechtlichen rundfunks was angesichts ihrer prominenz vielleicht komisch klingt seinen sinn aber sein seinen sinn aber darin hat das moderieren eben kein beamtenjob ist weil das publikum der gesichter irgendwann überflüssig werden könnte ja leute aber das ist doch so eine sache für sich also öffentlich rechtlicher rundfunk kann auch gekauft werden von der industrie das kommt hier rüber und ich meine der frau ist das scheißegal die nimmt das geld einfach mit ja wir haben große suchtprobleme was spielsucht anbelangt in unserem land und die nehmen hier einfach die kohle mit und das ist wie gesagt rechtlich auch alles in ordnung ich will in diesen artikel auch gar nicht weiter reingehen unternehmen kaufen sich prominenz so einfach kann die lösung sein weiß ich nicht ob ich mir das alles anschauen will wir müssen hier den leuten nicht empfehlen wie einfach die lösung sein kann das ist für mich hier alles zu wenig im übrigen ist dieser artikel von 2018 das ist kein aktueller artikel ja so und wie geld den charakter verdirbt das kann uns hier harald lesch sagen in einem video tatsächlich er hat einmal ein video gemacht verdirbt geld den charakter da will ich nur mal im ganz kurz zeigen ja es ist ein bisschen peinlich unfassbar also ja ich kann es wieder mal gar nicht in worte fassen was habe ich auf twitter gefunden anfangs erklärte lässt das klima als wissenschaftler nach der schmierung und salbung verkündet er wie ein das lese ich nicht vor die interessen seiner geldgeber teil eins der nicht gekaufte lesch teil zwei der gekaufte lesch instabiler zu sein als in den warmzeiten in den warmzeiten wie sie so sanft ruhen die toten ja über jahrmillionen sich von jahr millionen ist die temperatur praktisch völlig konstant eine ewigkeit später wissenschaftlich ist völlig klar dass wir den planeten erde also den himmelskörper erde nicht weiter aufheizen dürfen und das sollte uns immer wieder klar sein dass wir bei all diesen ganzen zahlen kram nicht vergessen wir müssen unbedingt dafür sorgen dass es nicht noch wärmer auf dem planeten wird sonst sind wir nämlich weg merkwürdig oder es ist irgendwie irgendwie muss ich ganz ehrlich sagen finde ich es merkwürdig wie man so kippen kann ich meine das internet vergisst ja nicht ja und ein gutes beispiel jetzt natürlich ein bisschen zu einem anderen thema zum thema ukraine aber auch hier sehen wir den wie heißt er noch rosenborn ronsheimer den ronsheimer gerade in der ukraine und das ein top beispiel dafür wie man sich als journalist oder auch als medienportal einfach kaufen lassen kann er ist hier in der ukraine und angeblich präsentiert die bild zeitung hier den ersten abschuss einer hyperscheid rakete namens kinschal dass diese hyperscheid rakete abgeschossen werden konnte eine sogenannte kinschal aus russland ist eine kleine sensation sie wurde vor wenigen tagen hier in kiew vom patriot abwehrsystem getroffen und das obwohl wladimir putin und die russische propaganda behaupten dass hyperscheid waffen kinschal eben nicht getroffen werden können sie haben in der vergangenheit hier erheblichen schaden angerichtet deswegen ist die ukraine umso dankbarer dass diese rakete getroffen wurde hier legen die weiteren einzelteile der kinschal die gefunden wurden dass diese ja also das wird natürlich hier überall auf social media kritisiert das hier ist keine kinschal oder kinschal wie er das sagt die experten beziehungsweise militärexperten sagen dass die ungefähr dreimal größer wäre ja und eine hyperscheid rakete mit 12.000 bis 26.000 kmh die kannst du halt nicht nicht mal so eben runterholen worauf ich noch mal eben ganz kurz hinweisen möchte ist wenn du als journalist weißt dass du blödsinn erzählst dann hast du eine eine devote körperhaltung denke ich mir zumindest also ich hätte es wenn ich er wäre und würde das warum hat er denn so eine devote körperhaltung schaut das mal an den kopf der kopf ist zwischen den schultern er ist nach vorne gebeugt die hände zum beten vor seinem körper und er ist so leicht nach vorne gebeugt ja so eine art papsthaltung gebetshaltung oder was ja ich persönlich finde dass er eine devote körperhaltung zeigt weil er weiß was er hier für mist erzählt ja auch hier alles gekauft und ich sag's auch mal hier noch mal zur bild die haben hervorragend im bezug auf die auf den krisenvirus hervorragende arbeit geleistet aber nur um uns querdenker einzufangen damit wir der bild folgen wenn es sich um die berichterstattung zur ukraine krise dreht ja peinlich wie ich finde absolut peinlich und ein paradebeispiel eben dafür ja was wir hier seit ewigkeiten erleben jetzt höre ich immer oder lese mal vier kommentare dass sie sagen oh gott ich kann es mir alles nicht mehr antun oh gott ist das alles schlimm oh gott oh gott oh gott bitte sieht da drinnen immer das positive dass darüber berichtet wird das gab es vor zehn jahren noch nicht wir haben in dem anderen video von 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 gestern habe ich ja erwähnt unsere smartphones sind erst vor 15 jahren vor 13 jahren vor zehn jahren so im absatz erst so richtig durch die decke gegangen was heißt wir sind im grunde erst seit seit 2013 lass mal sagen seit 2010 hast du die masse der menschen also wirklich auch der letzte ein smartphone ja und diese ganze art der berichterstattung dieses dass man uns mit lügen überziehen kann weil wir nur die überschriften lesen durch diese smartphone berichterstattung das gibt es noch nicht lange das gibt es erst seit ein paar jahren und ich finde es hochinteressant dann werdet ihr sagen ja es wird darüber berichtet toll aber ich sag mal so diese flut der medien die ist ja so unendlich dass man sich eben auch die kritischen berichte raussuchen kann so wie wir das hier immer machen das heißt also über die verantwortlichen über die die hier missgebaut haben wird hier auch anständig berichtet und damit beginnt zumindest für mich die politik des kleinen mannes und schaut euch doch die stimmung in unserem land an wie alles weidel es gestern gesagt hat zum glück nehmen die menschen draußen auf der straße weder den medien das alles noch ab der politik noch ab und auch den verfassungsschutz nehmen die leute das nicht mehr ab es wird einfach nicht mehr abgenommen und ja das ist auch eine folge von informationen die wir uns besorgen und auch viel kritik und jetzt möchte ich aber zum abschluss dieses videos habe ich noch einen positiven beitrag ich möchte euch nicht nach hause lassen oder aus diesem video lassen ohne einen wirklich positiven beitrag und der kommt hier malo dreier ruft zu spenden für flutopfer in ruanda auf also malo dreier die natürlich auch für die flutkatastrophe im ahrtal bekannt war also die malo dreier die mittlerweile schon im x untersuchungsausschuss im ahrtal sitzt also die malo dreier aufgrund der auf der man schon vorwerfen kann dass sie überhaupt keine lust hatte sich um die katastrophe zu kümmern aufgrund der sms die man gefunden hat also ich meine das ist die malo dreier die um 21 30 ins bett gegangen ist am abend der flut also das ist die ministerpräsidentin die also eigentlich von dem hubschrauber überflug in der nacht der flutkatastrophe hätte wissen müssen ja die malo dreier ist das und die malo dreier ruft jetzt zu spenden für flutopfer in ruanda auf genau und an wen soll man das geld schicken an sie persönlich am besten okay ja gut ja finde ich ja super dass frau dreier sich hier um die flutopfer in ruanda kümmert also grundsätzlich kann man ja spenden sollte man sollte man hilfe schicken was auch immer benötigt wird also keine frage aber dann sollte es nicht frau dreier tun die tut hier als wenn sie sich für flutopfer einsetzt ja das ist ja das ist so ein bisschen die image berater kommen und sagen wir haben ja immer noch das minus in der ganzen reputation wegen der ahrtal flutkatastrophe und diesen ganzen und den ganzen scheiß den du gemacht hast ja ja was machen wir was machen wir ja pass auf es ist was super gutes passiert in ruanda ist jetzt auch flutkatastrophe ach du schreck das ist ja ja aber du kannst jetzt öffentlich zu spenden aufrufen und das würde zeigen dass du dich eben doch für flutopfer einsetzt ja das ist doch super ich meine kimi wieder ein pluspunkt rein oder ja das ist super das mache ich soll ich das sofort machen ja sofort am besten versteht ihr also das liest man ganz einfach so als wenn man sagen möchte deine ganzen image berater haben wir das haben wir das geraten ja wollen wir mal eigentlich will ich in diesen text nicht rein gucken 130 tote sind in ruanda gezählt worden ja haben wir im ahrtal auch tja nee gibt nichts gibt nichts interessantes nach der flutkatastrophe im ahrtal gehörte der ruandische staatspräsident paul kagame nach angaben der staatskanzlei zu den ersten die eine solidaritätsadresse an rheinland-pfalz gesendet hatten dreier schickte kagame nun ein kondolenz schreiben ja leute also das braucht ihr auch nicht berichten für von wem ist denn das von der dpa also das braucht man hier auch nicht berichten ne ja ich finde es so super interessante super positive nachricht von frau dreier nicht natürlich aber die ironie nicht erkannt hat ja liebe leute ich bin dann schon wieder am ende der heutigen blitzlos ich bedanke mich für eure aufmerksamkeit schreibt mir bitte in die kommentare was ihr zu diesem thema zu sagen habt schreibt bitte keine hass kommentare auch wenn es euch fürchterlich wurmt ich weiß es mich auch ich muss mir auch auf die zunge beißen youtube betrachtet die kommentarspalte des videos dann als toxisch als giftig wenn ihr hass kommentare schreibt oder wenn ihr gewaltbeschreibung schreibt auch wenn sie stimmen mögen ja möchte ich euch doch bitten die worte so soft zu wählen dass youtube damit auch zurechtkommt ja was gibt es noch zu sagen bitte abonniert meinen kanal und bitte aktiviert auch die obere glocke damit ihr in zukunft sofort informiert werden wenn es neue blitznews zu sehen gibt denn was die zukunft bringen wird das weiß keiner so genau 12 ich allerdings sicher wir wir sehen uns auf diesem kanal auf alle fälle wieder